Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und zwar in Retro Simulatoren Reihe wollte ich jetzt aufmachen und zwar spielen wir heute den Digitabare Simulator, den wollte ich euch heute vorstellen und ja, wenn mehr von dem Simulator folgen sollen, lasst gerne ein Like da und schreibt in die Kommentare, wie es euch gefällt So, dann fangen wir mit dem hier an So Zack Einstellen, Enter Zack So Dann lassen wir das Schild runter Zack War zwar daneben, aber nein Wenn mehr Folgen von dem hier folgen sollen, schreibt es gerne in die Kommentare und wenn ihr mehr, äh, wenn ich noch andere Retro Simulatoren, ähm, mir anschauen soll, schreibt es gerne in die Kommentare So Dann schaue ich mir die an Und zwar hätte ich mir gedacht, hole ich mir noch den PC Building Simulator, äh, wenn ich mir den holen soll, schreibt Hashtag PC Building Simulator in die Kommentare Und Ja Ah, jetzt habe ich vergessen die Schaufel zuzumachen So, jetzt hat es mich übergekippt, aber das haben wir ja noch ausbalancieren können Und ja So, dann machen wir hier das Fertig Wenn ihr euch auch den Simulator holen wollt, schreibt es, äh, mache ich euch den Link in die Infobox Dann könnt ihr den euch auch holen So, dann Machen wir das so Zack So Auslärm Ja, ähm Bei 100 Abonnenten verlose ich euch einen 10€ Basif Gutschein, aber dafür müsst ihr Abonnent des Kanals sein Und Und Ja, dann schreibt Eine Dann, äh, verlose ich das Und dann Schaue ich Wer Gewonnen hat Und Ja Der bekommt dann Den 10€ Basif Card Von mir Und Ja Nicht Outbar an So Dann das Und Ja Dann das So Hier das noch Ich weiß nicht warum da die Anschlüsse so flackern Aber naja Spiel auf höchsten Einstellungen Was geht Und Ja Und So 47% So Oder Wenn ich mir Garden Flipper holen soll und das DLC dazu schreibt das auch gerne in die Kommentare Weil das wäre auch ein schönes Spiel Was ich mir mal anschauen könnte Oder Wenn ihr noch Ein paar Simulatoren kennt schreibt es auch in die Kommentare Schaue ich mir die an und dann Mache ich drüber Videos und Wenn es euch gefällt natürlich Nicht vergessen zu liken Und ja So 53% So Wieder verkehrt Wann So 62% 62% 68% Andere Seite wieder So Nie Ja Da Steigen Die 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 Oder Die 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 So 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 Mann Scheinern Mit der Steuerung komme ich noch nie klar. Warum jetzt wieder 9 und 5? Warte Das kann ja wohl nicht wahr sein was hier angeht. So So So, 64% jetzt müsste ich es aber gleich haben. So. So, dann sind wir eigentlich schon wieder gleich fertig. Warum funktioniert denn das nicht? Sie fixen noch einmal. X habe ich gedrückt. Bist du bescheuert oder was? Ah, jetzt an geht's. 1009 Euro. Naja, für den Anfang hat es ja gereicht. So, meine Lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und falls ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ja, vielleicht seid ihr ja der Gewinner bei den 100 Abonnenten des Baysafe Gutscheines und ja, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.